Das letzte kommt um ein Sommer oben, ein Englischmann in die Wirtschaft geschoben und bestellt wie ein Wirt vom Schwarzen Bock, ein Budwin und Götischnog. Der Hans sagt heimlich, dann der Wille, will der der Büch mit Schnur gefüllen? Das Volk ist alle will verrückt. Und wie er mit den Ochslen zuckt, erklärt der Englischmann in Hans, ich meine Tiere ohne Schwanz. Der Hans denkt nur beim Gläser Schwange und tut sich schiergörs Hirn verrangen. Was will er? Tiere ohne Schwanz. Du möchtest mir ja verzwatzen gehen. Dort wird sich vor uns stellen. Der Mann wird Frau Schangler wählen. Ah, sagt er, bringt ihm sein Wien und freut, ob es frisch soll sein. Oh, nein, das ist nichts, was ich gewolle. Noch sollte ich gleich den Teufel holen. Der Englischmann tut eigentlich flüchten. Und in 70 Jahren nach Sürchen. Der Wirt gibt zu, als wäre nicht schade. Auf einmal ruft der Gast, All right, ich will gebackene Hausbesitzer. Der Hans verschreckt und machte Drehgritzen. Mensch, fress er in meinem Haus? Der muss so schnell wie möglich nüssen. Doch die Frau ruft. Wurft dich mit Sogesellen da nicht ins Unglück stürzen wollen? Dann macht du ihn tot, schlägst du ihm nichts. Ich ruft zur Hilfe, der Pfarrer fix. Wie der Not hört, was dort passieren. So tut er Englisch diskurrieren und lacht und sagt, Nur nicht verschrecken. Der Mann will nur gebrochene Schnecken. An Englischmann, one summer's eve, comes to the inn, would you believe, and orders at the Schwarzer Bock some juicy cargo with some hock. Hans says quietly, What on earth? Cargo will really fill his girth. The English are a crazy folk. And he shrugs his shoulders at the bloke. The Englishman is really keen. Tailless beasts are what I mean. Hans thinks on one glass his brim and rucks his brains and rubs his chin. What's he want? A tailless beast? I'm quite confused about his feast. The landlord has a thought and says, It's frog legs he'll be wanting. Yes. Bring him his wine, he tells the maid, and asks if he wants frogs instead. Oh no, that's not right at all. The devil take you then, poor soul. The man starts swearing English style and searches in his book the while. The landlord sees this crazy sight and then the guest shouts out, All right, I want house owners baked in sauces. Hans is shocked and makes three crosses. Cannibals invade my house. He must go. And then his spouse calls, Don't you get involved with him. He'll cause us grief. The outlook's grim. He'll kill you soon as look at you. I'll call the priest to help us too. The priest is told about the danger, speaks in English with the stranger, laughs and says, Don't worry so. The man just wants some escargot. He says, He'll get your child. One thing is from you. He said, He'll talk to you tonight, He dirty. He said, the thing that's modeled, where he'll be the content this week. The friend became linked. Vielen Dank.